Waaah! Piuuu! Puuu! Was ist das? Was machst du da? Geräuscheffekte. Je später der Abend... ...sieht so aus... ...als würde jemand heute Nacht noch glücklich. ...umso manischer die Sitcoms. Raus mit der Tasche! Raus mit der Tasche! Verurteid mich nicht! Das ist Kunst! Äh, Verzeihung bitte, ich suche einen jungen Mann. Ja, das sehe ich schon an deinem Höschen. Sitcom Mania. Die Late Night Edition. Heute 0.30 Uhr. Das geht ja nicht. Die Leute machen über jeden Dreck. Das soll Comedy sein? Auf Comedy Central Plus 1. Ist doch lustig.